Musik Deutschland, wenn einem da die Kirche nicht gefällt, dann naja, dann tritt man raus. Hier in Amerika, wo ich gerade bin, da gründet man einfach irgendeine neue Kirche. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Kommt mit! Reject religion, embrace Jesus. Kingdom of God, wo der Geist Gottes wie Regen fällt. Fünf Hühnchen und zwei Fische. Jesus spricht, ich bin das Licht des Lebens. Na klar, die feiern eben am Samstag. Danken euch Freunde für eure Unterstützung. Um euret Willen preisen wir den Herrn, sagen die Baptisten. Das Leben mit Jesus ist besser. Könnte von mir stammen. Ist aber von der Kirche im Wald. Hier ist sie. Erstmal stärken mit Tacos al Pastor. Willkommen im Erlösungszentrum der Pfingstgemeinde. Und hier die wunderschöne Kirche der flüsternden Fisch. Und das lasse ich einfach mal für sich selber sprechen. Die erste Kirche Gottes. Ich weiß nicht genau, was sie glauben, aber heute ist auf jeden Fall hier ein Gemeindefest. Zum Schluss noch die hochvornehme Epiphany Celebration Anglican Church. Morgen muss ich wieder zurück ins kalte Frankfurt. Meine Güte. Okay. Wie auch immer, es war nett hier. Schön, dass ihr mir zugeguckt habt. Wir sehen uns bald wieder. Tschüssi. Wie auch immer, es war nett hier. Tschüssi.